Hallo ihr Lieben, herzlichen Dank für eure Teilnahme an meiner Dankeschön-Verlosung und die lieben Kommentare. Die Gewinnerin, die ich über Random.org ausgelost habe, ist Doris Roth. Sie hat mit folgendem Kommentar teilgenommen. Ich werde dir eine Nachricht senden, wenn du mir dann deine Adresse zukommen lässt, geht das Päckchen auch schon zur Post. Und für alle, die nicht gewonnen haben, sei nicht traurig, es gibt sicher ein anderes Mal.